Punkt! Die Krieg beginnt. Die Omnisien können sie sparen, aber ich werde nicht mitgehen! Ja! Oh, mein Vater! Sie haben also mit Licht eigentlich einen Supporter mit. Ähm... Osa und Sand King haben auch glaube ich auch mit Rolle mit Carry mit bei. Ich habe mir gedacht, spiele ich jetzt hier mal jemanden, der Durable auch gute Fähigkeiten hat, also... Ich habe ein bisschen was aushält. Und äh... auch zusätzlich noch... ...bisschen Damage und äh... Heilung halt habe. Was eigentlich mit einem Omni-Night gegeben ist. Und ähm... dieser ist auch... ...natürlich mit auf meiner Liste. Von den Charakteren, die ich... ...bem ersten Mal ganz gut fand oder ganz gut gespielt habe. Finde jetzt natürlich super, dass ich jetzt alleine top bin. Wow... not forgetур... Lauf mal. Publikum em agile. Wurde. Aufmerksam. Anstrengung! Anstrengung! Ein langer Weg! Ja! Mein Weg ist klar! Richtig als ich! Schau nicht, meine Freunde! Argarin ist hier! Ich bringe die Licht! Alle Wands werden sie zerstören! Mit Ihrer Liebe! Der All-Knowing-One schützt uns alle! Ich dachte jetzt schon, da sind gerade drei Helden hier! Ja? 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 Ich bin notwendig! Er ist vorhanden! Schau nicht, meine Freunde! Ja? Das ist gar nicht zielgerichtet auf Helden! Ich dachte gerade die ganze Zeit, ich kann damit die Helden angreifen! Die Gehack-Notion, aber ich muss... Ich werde nicht schlafen! Ich werde nicht schlafen! Ich werde verzweilen! Nein! Hab ich ihn nicht getroffen?! Scheiße! ähm, Boots brauchen wir auf jeden Fall ähm, nochmal nen Trank oder nochmal Bonusrüstung wäre natürlich jetzt noch ganz krass das bräuchte wir auch das ist ja wirklich schon unsichtbar, ne hier gab's Lebensregeneration, ne 25, da war 5 Sekunden sind, äh, 125 Leben ist ja gar nix nein, zu wenig Damage ich bin doch gar nicht so schnell vorrangig I journey on blessings strength guides me now illuminating purify ich sehe nicht heresie die All-Knowing-One Vertreter die All-Knowing-One das Ja, lass den mal ruhig nochmal in die Nähe kommen. Bei 3,60 geht der voll down. Das wär richtig geil. Nein! Ach, wie lange war ich denn gezylenced? Das kann nicht sein, oder? 3 Sekunden eigentlich. Naja, je nach Level, Level 5. Momentuell schon 4 Sekunden. Okay, der Punkt geht an die beiden. Yes, Sir. Say your prayer. Her gift. For much. ... und schützlos. ... und schützlos. ... und schützlos. ... Regeneration. ... ihre Blades wird uns verbrechen. ... Obniszion. ... All is known. ... und schützlos. Ja gut, deren Silence ist halt ziemlich stark. Ich muss halt vorher mir den Schutz auf den Kopf hauen. Obwohl das natürlich nichts gegen Nahkampf damit springt, glaube ich. Ich stehe für die Licht. Ihr Mitteltower ist unter attack. ... Mit Ihren Willen. Ja. Know your place. Ich bin unter attack. Ich nehme Point. Ich bin ohne Angst, meine Freunde. Die Kraft schützt mich. Er macht übelst Damage. Ich bin notwendig. ... Smite. Ein langer Weg. Das ist auch ein ziemlich enger Radius. Argarien ist hier. Ähm... Ah, das ist gut. Ein Wunder. Wo ist dieser blöde Ricky, ey? Ich brauch Warz, sonst hab ich keine Chance. Na, komm weg. Coole Sache. Du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren heute, ja. Für dieses Gift der Macht, bin ich dankbar. Ich bin gebraucht. Die wissen. Scouting the way. The all-knowing one guides me. Hä, wo ist denn jetzt? Jetzt echt mal der Ricky hin, weil... Exoteric ist Gott tot. Say your prayers. Your middle tower is under attack. Fear not, my friends. Hargarin is here. Hoch ist Ex schon. Auch schon acht. Yes, Sir. Yes. The armor have our missions. All is known. Hatch up. Yes. As you will. Radiant structures are fortified. In the lamp. I journey on. Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Ich hab' den Will-Skill drauf gemacht, hab' ich grad selber gemerkt, das ist noch ein Fehler. Ich hätt' ihn eigentlich unterstützen müssen. Geh, geh, geh! Geh, geh! Geh, geh, geh! 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 Ich leg' jetzt auch schon in Level 10, das ist sehr gut. Obwohl, die anderen, die holen auch grad' auf. Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! Nein! Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! So krass, ich hätt' eigentlich mich gleich heilen sollen. Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! hast wollen und ja your top tower is under attack so machen was glaube ich dass wir die zentri wo es hier mal mitnehmen und uns noch die boots holen ich sage mal ich aber sei also ich weiß auch nicht wie ich jetzt aufgaben und sammeln tag mit und hauer hat es wollen stammt hat er liegt harkin hins holen und 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 schuldig ist ganz schlecht I am needed For your losing Guiding light Charge Charge The all-knowing one protects us all Yes In the vanguard Flanking I journey on All is known How illuminating Right away Glasses Watch over us Fear not my friends Argarin is here Purify Omniscient light Killing spirit Nice Nice Nein Ja da kommen sie ja nicht ran Wenn man den Radius ja erhöhen könnte wär das natürlich super geil Ich bin ja gar nicht tot Ich dachte die ganze Zeit ich wär tot Lol wie geht das denn Your top tower is under attack Your top tower is under attack Your top tower is under attack Ja Your top tower is under attack Ja Advancing Your bottom tower is under attack All-knowing one guides me Ha ha Dominating Your bottom tower is under attack I'll not fall Your bottom tower is under attack Your bottom tower is under attack Your bottom tower has fallen All is known No Nein Das bin ich wirklich down Nice Das hat er noch getroffen Komm teleport Du kannst wieder weg teleportieren Bitte bitte Ja Schade Ja 2 tonnen 200 Aura is gar nicht mal so schlecht Je nachdem was die anderen Der hat noch keine Aura Ähm Geh ich mal hier auf Teamwork Und hol mir die Aura Your middle tower is under attack From the dark pit of unknowing Your middle tower is under attack Na los Fear not my friends Argarin is here I stand for the light Smite Purify I bring the light Ja I don't know I'll bring Gonyx Flanking In Strength Guides me Uh huh I journey on I journey on Ja, super. Scheiße, ich hab mich voll verklickt eben. Ja, und der Scherz-Prophet geht überall durch und hat natürlich damit jetzt einen relativ guten Farben. Die Nacht moves back into the light. Omniscient light. All can be counted. Say your prayers. Die Strukturen sind fortified. Ja. Der teleportiert sich jedes Mal weg. My path is clear. Yes, sir. Ja. 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 Ich bringe ja die Punkte. Ich bringeOSE rein. Ich t . All-Knowing-Hum-Protektor-Sophie Advancing Is known Terrification By all grace Holy shit A narrow attack Be well Your top tower is under attack Yes Ey der mit seinem Rand rennen und wegrennen immer Right away For much Stricken Ha ha I bring the light I'll take point Wir müssen jetzt auch mal bitte vorgehen und pushen Es kann nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit hinten rumrennen Weil das gefällt mir gar nicht Ähm Kann verbessert werden Kann verbessert werden Nein Bewege und Wohin 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 Obnis Wohin Top tower ist unter attack Wie du Deine 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 In the vanguard. Your botten Taron is under attack. Holy shit. All is known. Yes, sir. Strength guides me. A narrow path. The all-knowing one protects us all. From the red blades will break up. I'm under attack. Holy love you. I'll take the point. Charge! Wo ist ja jetzt alle hin, da scheiß drauf. Flanking. As you win. The all-knowing one guides you. I am needed. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Noo. Your bottom tower is under attack. your bottom barracks are under attack your bottom barracks has fallen your bottom barracks has fallen your middle tower is under attack ich glaube es wird echt schwierig jetzt noch zu gewinnen zum schluss also your middle tower has fallen your middle barracks has fallen your top tower has fallen by your grace wenn ich 20 mal hier dieses schluss der schütze hier wieder nice nice say your prayers omniscient light stirring i stand for the light the omniscient honors me guiding light scouting the way was hat denn der bitte für ein item dass er die dinge sieht oder was ist ja mal übel flanking strength nice get down nice get down is known omniscient light omniscient light right away my hat is clear we 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 ich konnte er nicht nutzen irgendwie die ulti ging eben nicht rein scheiße das ist so gefilterte der ricky das geht so ab 11 ich glaube es momentan mit der meistgespielte schar überhaupt jeweils in den matches sie immer spiele gg würde ich sagen das war es gewesen war hat mir nicht ganz so gut gefallen ich weiß nicht also der start war ich ziemlich gut in der top lane durch gewesen bin aber relativ gut fahren bekommen habt die droger und ricky zu anfangs sehr gut behindert daran zu leben oder auch an den tower zu kommen aber jetzt ende hin halt einfach zu stark keine chance das war es leider gewesen gg ich hoffe wir sehen uns morgen wieder hinter was für uns ein paar kommentare zu gehen würde ich mich freuen so lerne ich immer noch ein bisschen was bis dann tschau